Hi, ich freue mich voll für dich, dass das geklappt hat mit deinem Date. Setz dich gern. Ist gar kein Problem, ich mache dich jetzt voll gern ready für dein Date. Bleib einfach ruhig sitzen. Womit sollen wir anfangen? Mit dem Make-up oder mit den Haaren? Mit dem Make-up? Okay. Guck mal, ich habe hier ein bisschen Foundation. Oder Foundation. Ich will dir mal auftragen, wenn das okay für dich ist. Ja, dann komm mal her. Ja, magst du mir nochmal erzählen, wie habt ihr euch nochmal kennengelernt, ihr beiden? Ach, wie schön. Nehmt noch ein ganz klein wenig für hier unten. Wie lange kennt ihr beiden euch denn dann eigentlich schon? Ach, sehr schön. Guck mal, ich habe hier noch ein bisschen Blush für die Wangen. Ich weiß, die wären auf einem Date auch natürlich öfters. Leicht rot, aber wir tragen einfach trotzdem ein bisschen was auf, okay? Wo genau geht ihr heute noch mal ein Feuer-Date? Nehmt noch ein bisschen was. Ich wünsche euch beiden auf jeden Fall heute voll viel Spaß. Wenn ich dir ehrlich was sagen darf. Ich habe mir schon von Anfang an gedacht, dass ihr zwei voll gut zusammenpassen würdet. Ja, ich drücke euch ganz, ganz fest die Daumen, dass das klappt bei euch. Aber ich habe hier ein bisschen Lippenstift. Wie findest du die Farbe davon? Wollen wir die mal hinhalten? Die würde dir gut stehen. Findest du auch? Ja, dann trage ich dir ein bisschen was auf. Komm mal her. Das ist euer erstes Date, oder? Ach, wie schön. Das erste Date denkt man ja irgendwie noch voll lang zurück. Ja. Ja. Wird bestimmt sehr schön heute. Ich habe hier noch ein bisschen Eyeliner. Soll ich dir den noch auftragen? Okay. Dann muss ich dich aber bitten, ganz, ganz, ganz still zu stehen. Du weißt ja, Eyeliner brauche ich mich auch gerne mal. Aber ich gebe mir wirklich zu 100% Mühe, okay? Bitte ganz, ganz, ganz still halten. Warte. Oha, das war gut geworden. Warte, ich zeig's dir mal kurz. Findest du gut? Okay, dann mache ich das auf der anderen Seite genauso. Okay. Dann halt mal genauso still, bitte. Das sieht doch gut aus. Ja, du darfst gerne noch mal kurz gucken. Was sagst du? Okay, das freut mich. Okay, ich kann dir den sonst auch noch mal machen. Passt so. Okay. Dann habe ich hier noch ein bisschen Mascara für dich. Da ist nicht mehr so viel drin. Ich muss mal ein bisschen an den Boden. Das rauszuhalten. Wie viele Leute trefft ihr euch eigentlich? Lass uns mal spinken. Da hast du ja noch ein bisschen Zeit. Ja. Das schaffen wir. Macht ja gar keinen Stress. Wir haben überlegt, die können eigentlich sogar ein bisschen die Nägel lackieren. Doch, das werden wir hinkriegen von der Zeit. Ja. Kann ich auch gerne machen. Dann mache ich dir jetzt erstmal mal die Wimpern. Ich muss immer sagen, du hast echt mega schöne lange Wimpern. Sag mir gerne Bescheid, wenn die Frage jetzt ein bisschen zu privat ist. Aber wer von euch beiden hat eigentlich wen nach einem Tag gefragt, wenn du es mir erzählen mögst? Blick, 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 Blick. Ach, wie schön. Blick, 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 Blick. Ich finde auch, jeder von beiden kann einfach den ersten Schritt machen. Guck mal, ich habe hier ein bisschen Wempernduschel. Ich finde die voll niedlich mit den zwei Augen drauf. Zwei geschlossene Augen. Ich zeig dir mal die Farben da drin. Weißt du denn schon, welche Farbe du heute anziehen wirst? Oder was genau du anziehen wirst? Okay. Und was dazu? Okay. Ja, dann guck gerne selber mal mit auf die Farben hier, würde ich vorschlagen. Ich habe hier Orange. Blau, Rot und Braun. Was meinst du, passt am besten? Also ich könnte dir halt sagen, Lippenstift und Rot. Nett und das würde auch ein bisschen zusammenpassen. Aber je nach deinem Outfit könnte sich vielleicht auch Orange, Blau oder Braun gut anbieten. Was sagst du? Okay. Ja, verstehe. Mach ich gerne, mach ich gerne. Hier drauf, kein Problem. Ja. Das wird dir bestimmt gut stehen. Aber am wichtigsten ist natürlich auch, dass es dir gefällt und dass du dich wohlfühlst. Ja. Also wenn dir irgendwas nicht passt, wie dich schminkt, dann sag mir gern Bescheid. Tja, möchte, dass es dir gefällt. Sag mal bitte Augen zumachen. Okay, perfekt. Dann mache ich dir jetzt noch ein bisschen Fixing-Powder drauf, dass das alles auch gut hält. Ein schönes Mänger. Okay, perfekt. Magst du noch ein bisschen Nagellack? Ja. Ich denke, der Ton wird richtig gut dir stehen. Und keine Sorge, das geht sich zeitlich voll auf, aber der trocknet auch sowieso richtig schnell. Ja, ein, zwei Minuten, dann ist der schon trocken. Mach dir keine Sorgen. Streck mal deine Händchen aus. Super. Perfekt. Und schon sind wir fertig. Dann kümmern wir uns jetzt ein bisschen um deine Haare, ja? Na gut. Lass uns deine Haare erstmal schön trocken föhnen. Falls es dir irgendwie zu heiß werden sollte mit dem Föhn, dann sag mir Bescheid. Ich möchte dich natürlich nicht irgendwie verbrennen, ja? Also wenn irgendwas ist oder wenn es zieht oder so, dann sagst du mir bitte Bescheid, ja? Gut, ich möchte dir natürlich nicht wehtun. Komm mal her. Perfekt. Was möchtest du denn heute? Ich kann dir damit auch ein paar Locken zaubern. Oder kannst du glatte Haare? Glatte Haare kann ich gern machen. Was für eine Frisur wolltest du denn tragen? Okay, Haare einfach offen. Das ist kein Problem. Dann komm mal her. Ich muss, ja. Und dann hast du dich are noch. Perfekt, würde ich sagen. Okay, dann lass mich deine Haare noch ein bisschen bürsten. Damit soll es eigentlich nicht so stark sieben. Die ist ganz, ganz sanft zu den Haaren. Aber falls es doch irgendwas ist, dann sag einfach Bescheid, okay? Gut, wie du siehst, ja, die sind ganz, ganz sanfte Bürsten. Da sollte eigentlich nichts passieren. Ja, dann komm mal her. Das sollte natürlich auch noch... Perfekt. Und ich hätte zum Abschluss noch ein paar Spritzer Parfüm. Also los, gut. Keine Sorge, nix, wogegen du allergisch bist. Das ist ein ganz, ganz sachter Duft. Damit riechst du auch nicht total penetrant oder so. Der riecht sanft, aber wirklich gut. Damit bist du wirklich unwiderstehlich. Dann räumen wir einfach mal her. Perfekt. Und dann darfst du dich jetzt gerne mal in meinem Spiegel bewundern, wenn du magst. Ja, aber lass dir versichert sein, du bist auch ohne Make-up und Styling wunderschön. Ja. Okay, dann guck mal, wie wunderschön du ausschaust. Das ist wirklich wunderschön. Dein Tate kann sich echt glücklich schätzen. Du schaust den Reisende aus. Ich wünsche dir jetzt auch ganz, ganz viel Spaß auf deinem Date. Du musst mir danach auch unbedingt erzählen, wie es war, okay? Und dann wünsche ich dir jetzt ganz, ganz viel Spaß und euch auch eine wunderschöne Zeit zusammen. Ja. Wenn euch dieses Rollenspiel gefallen hat und ihr Lust auf mehr Sounds mit dem Holz-Make-up habt, dann schaut doch gerne hier vorbei. Oder wenn ihr möchtet, dass ich euch mit normalem Make-up schminke, dann schaut gerne hier vorbei. Entscheidet euch gut für eines von beidem. Und dann wünsche ich euch jetzt einen schönen Abend, Mittag oder Morgen. Bye, ihr Lieben.